Verkehr Fahren Sie mit dem Auto zur Arbeit? Fahren Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit? Fahren Sie mit der Urbahn nach Hause? Fahren Sie mit dem Auto in den Urlaub? Wo kann ich eine Busfahrkarte kaufen? Am Automat Fahren Sie mit dem Zug nach Hause? Reisen Kaufen Sie die Reisfachkarten am Automat? Reisen Sie vom Flughafen? Von welchem Flughafen reisen Sie? Reisen Sie oft mit Ihrem Freund? Reisen Sie vom Bahnhof? Von welchem Bahnhof reisen Sie? Reisen Sie lieber mit dem Zug oder mit dem Auto? Wo kaufen Sie den Reisfachkarten? Am Reisebüro Reisen Sie oft ins Ausland? Welche Bahn fährt nach Berlin? Zweite Bahn Packen Sie den Reisekoffer gern? Reisen Sie oft mit dem Flugzeug? Reisen Sie oft mit Ihrer Sprachkursgruppe? Sport 貴 know Sie city Oh yes Treiben Sie Sport am Wochenende? Reisen Sie mit mir Ball spielen? Reisen Sie mit mir alone? Treiben Sie Sport am Abend? Reisen Sie班 could haylen Sie ¡Já Lego Te Sonnen Sie Meinen Lieblingssport di T Schwimmen. Gesundheit Warum husten Sie? Ich bin krank. Haben Sie starke Schmerzen? Essen Sie gesund? Ist die darken Schokolade gesundlich? Haben Sie starke Halsschmerzen? Ist das Sporttreiben gesundlich? Ist das Rauchen schlecht für die Gesundheit? Rauchen Sie? Ist das Schwimmen gesundlich? Haben Sie heute Praxis beim Arzt? Bei welcher Krankenkasse sind Sie angemeldet? Haben Sie höhe Fieber? Schlafen Sie jede Nacht acht Stunden? Sind Sie oft krank? Um wie viel Uhr haben Sie heute einen Termin beim Arzt? Um 12 Uhr. Gehen Sie oft ins Krankenhaus? Urlaub Fahren Sie mit dem Auto in Urlaub? Verbringen Sie den Urlaub im Ausland? Reservieren Sie ein Zimmer im Hotel, wenn Sie Urlaub haben? Fliegen Sie mit dem Flugzeug in den Urlaub? Kaufen Sie die Urlaubskarte am Reisebüro? Fahren Sie ans Meer in den Urlaub? Arbeit und Beruf Arbeiten Sie viel mit dem Computer? Wie lange dauert Ihre Arbeitspause? 30 Minuten Wie lange dauert Ihr Arbeitsurlaub? Ein Monat Arbeiten Sie mit Ihrem Chef? Wo befindet sich Ihr Arbeitsplatz? Auf der Goethe-Straße Arbeiten Sie von Beruf? Bei welcher Firma arbeiten Sie? Arbeiten Sie von Beruf im Ausland? Bekommen Sie viel berufliche Aufgaben? Tragen Sie Arbeitskleidung gern? Haben Sie viel Arbeitskollegen? Wie lange dauert Ihre Arbeitszeit? Es dauert sieben Stunden. Besuchen Sie einen beruflichen Sprachkurs? Macht Ihr Beruf Ihnen Spaß? Arbeiten Sie gewohntlich sonntags? Wochenende Was essen Sie gewohntlich zum Frühstück am Wochenende? Butterbrot und Schinken Machen Sie Ausflug am Wochenende? Lesen Sie Bücher am Wochenende? Treiben Sie Sport am Wochenende? Machen Sie Ausflug mit Ihrer Familie am Wochenende? Was machen Sie gewöhnlich am Sonntag, am Wochenende? Ich mache Ausflug. Sprachkurs Machen Sie Übersetzungen in Ihrem Sprachkurs? Bekommen Sie viel Hausaufgaben in Ihrem Sprachkurs? Wie lange dauert Ihr Sprachunterricht? Es dauert zwei Stunden. Wie viele Stunden Deutsch haben Sie pro Woche? Wie heißt Ihre Deutschlehrer? Mein Deutschlehrer heißt... Machen Sie Ausflug mit Ihrer Sprachkursgruppe? Lesen Sie viel Bücher in Ihrem Sprachkurs? Tagesablauf Um wie viel Uhr frühstücken Sie? Um 8 Uhr Was machen Sie gewöhnlich am Abend? Ich lese Bücher Sehen Sie viel fern in Ihrem Tagesablauf? Um 12 Uhr Um wie viel Uhr haben Sie Mittagspause? Um 12 Uhr Um wie viel Uhr gehen Sie ins Bett? Um 22 Uhr Versuchen Sie einen Sprachkurs am Abend? Freizeit Was machen Sie in der Freizeit am Feierabend? Ich gehe spazieren Haben Sie Hobbys in der Freizeit? Ja, ich fahre Fahrrad Verbringen Sie die Freizeit mit Ihrem Freund? Was machen Sie gewöhnlich am Wochenende in der Freizeit? Ich lese Bücher Sehen Sie viel fern in der Freizeit? Treiben Sie Sport in der Freizeit? Einkaufen Machen Sie Einkäufe aus der Bäckerei? Wo kann ich einen Stadtplan kaufen? Am Kiosk Wo kann ich ein paar schöne Schuhe kaufen? Im Schuhgeschäft Wo kann ich ein interessantes Buch kaufen? Im Buchladen Wo kann ich einen interessanten Zeitung kaufen? Am Kiosk Wo kann ich frisches Obst kaufen? Im Obstladen Muss ich an der Kasse bezahlen? Wo ist die Kasse? An der Ecke Im Warenhaus Wo verkauft man hier schöne Kleidung? Im Warenhaus Wo kann ich hier ein Handy kaufen? Im Technomarkt Wo kann ich einen neuen Computer kaufen? Im Technomarkt Wo gibt es hier ein Buchgeschäft? An der Ecke Kann ich mit der Kreditkarte bezahlen? Wohnen Sie mit Ihren Eltern Besuchen Sie Ihren Onkel Ihren Tanten oft? Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder und eine Schwester Besuchen Sie Ihre Eltern oft? Feiern Sie das neue Jahr mit Ihrer Familie? Besuchen Sie Ihre Großeltern oft? Haben Sie Kinder? Schule Lernen Sie Fremdsprache in der Schule? Arbeiten Sie mit dem Computer in der Schule? Wie heißt Ihre Deutschlehrer in der Schule? Mein Deutschlehrer heißt Was essen Sie gewöhnlich in der Schule? Ich esse Brot mit Schinken Bekommen Sie viel Hausaufgaben in der Schule? Haben Sie viele Freunde in der Schule? Freunde Besuchen Sie einen Sprachkurs mit Ihrem Freund? Gehen Sie oft ins Restaurant mit Ihrem Freund? Machen Sie Ausflug mit Ihrem Freund am Wochenende? Feiern Sie Ihren Geburtstag mit Ihrem Freund? Reisen Sie oft mit Ihrem Freund? Essen und trinken Essen Sie viel Brot zum Frühstück? Essen Sie Fleisch gern? Haben Sie ein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Hähnchen Essen Sie gern Bratkartoffeln? Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück? Was essen Sie gewöhnlich zum Abendessen? Was essen Sie gewöhnlich zum Mittagessen? Was bestellen Sie gewöhnlich im Restaurant? Trinken Sie viel Wasser im Sommer? Trinken Sie viel Wasser im Sommer? Essen Sie gern Gemüse? Trinken Sie gern Bier? Essen Sie lieber Fisch oder Fleisch? Essen Sie lieber Apfel oder Birne? Was essen Sie gewöhnlich am Sonntag? Haben Sie ein Lieblingsgetränk? Wohnen Zahlen Sie die Miete der Wohnung pünktlich? Wohnen Sie in der Stadt? Gibt es vier Geschäfte in Ihrem Wohnort? Spielen Sie Chasch in der Wohnung? Gibt es einen großen Balkon in Ihrer Wohnung? Wohnen Sie in einem Haus oder in der Wohnung? Haben Sie moderne Möbel in der Wohnung? Laden Sie Ihre Freunde oft in Ihre Wohnung ein? Wie viele Zimmer haben Sie in der Wohnung? Haben Sie einen Computer in der Wohnung? Wohnen Sie mit Ihrer Familie zusammen? Wohnen Sie im Dorf? Wie ist Ihre Adresse? Wie ist Ihre Hausnummer? Haben Sie eine gemütliche Küche? Haben Sie einen großen Garten vor dem Haus? Haben Sie ein Haustier in der Wohnung? Haben Sie viele schöne Bilder in der Wohnung? In welcher Straße wohnen Sie? Haben Sie viele Wohnungsschlüsse? In welchem Stock wohnen Sie? Im zweiten Stock. Haben Sie viele Freunde in Ihrem Wohnort? Und man kann so antworten. Ja, natürlich. Ja, manchmal. Ja, oft. Selten. Und so weiter. Ja, orang. Wo ist der Nummer? Oder das? Ja, es ist der Nummer. Ich sehe. Untertitelung des ZDF, 2020